Ja, der Drachenmutter-Buffer war jetzt ein bisschen doof. Der will nur spielen, ja, wie ich auch. Das hast du recht. Der lässt aber auch sich wirklich nicht so gerne an die Füße gucken, oder? Meine Eilung brauche ich gerade keine und meine Eispfeile sind bald aus. Oh nein. Ach, nicht schon wieder. Guten Appetit, Mr. Bale. Don't die. I try. I try my best. I try my very best. Boop. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. machen. Nix. Das ist so hilfreich. Soll der mal kriechen. Ja, Bibi. Und wie du siehst, wir haben hier voll Spaß. Ups. Bibi. 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 Bin ich froh, dass wir noch so viele Tränke haben, ey. Aber mit den Eispfeilen wäre es wesentlich besser. Apropos, warte mal, der muss noch hoch. Da haben wir wieder Steine eingesammelt, die ich nie brauche. Ach man, wenn man die wenigstens schwerfen könnte. Wenn die wenigstens was bringen würden. Ja, schon wieder. Oh, dann hebeln. Kann ja verstehen, dass es kacke ist, wenn man keine Beine hat. Aber man muss sich ja deswegen nicht so aufregen. Dann besorg den Rollstuhl. Au. Keine Ausdauer, keine Heilung. Das ist die besten Voraussetzungen. So. Uhm. Ja. Wieder gebogen gelevelt. Das heißt, wir machen wieder einen Ticken mehr Schaden. Nicht, dass das was gerade irgendwie viel bringt. Und dann sollte ich vielleicht auch mal wieder einen Feuertrank nehmen. So. Dann hält man auch noch ein bisschen länger durch. Okay, von denen haben wir noch. Dann sollte auch aufpassen, was man hier gerade tut. Klappt heute bei mir nicht ganz so gut. Das gebe ich ja zu. Ich habe schon wieder dieses blöde Loch. Da darfst du hinreihen. Das ist okay. Nee. Irgendwann ist der Finger ja auch immer. Ui. Fall ins Loch. Fall ins Loch. Warum fällst du nicht ins Loch? Das ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Ich habe irgendwie den Eindruck, wir machen gar keinen Schaden mehr. Was tun? Was tun? Wir haben keine Eispfeile mehr. Hilft ja gar nichts mehr, ne? Der Mini-Schaden, den wir hier machen, da werden wir Stunden zubringen. Woher sind meine Sachen kaputt? Ja. Okay. Wettland. Ich bin damit langsam, aber... Das macht wenigstens Schaden. Hm. Und... Yep. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Immerhin. Immerhin. Ich hab nicht mehr drauf geachtet, verdammt. Ich war abgelenkt. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Wieso kriegen wir schon wieder so viele Steine? Wieso haben wir so viele Steine? Wo ist das andere Grab? Da hinten ist noch ein Grab. Einfach viel zu viel Zeug dabei, ne? So, haben wir Essen? Wir haben Essen. Sehr gut. Wir haben noch eins. Oh ja, von Weitem ist gut. Wenn der uns hier jetzt nicht mehr sieht oder hört oder sonst was. Da darf er aber gerne bleiben. Ich sagte, du darfst da gerne bleiben. Da hinten ist noch ein Grab. Was war das noch weg? Blöde Steine. Brauch eh keiner. Äh, ne komm. Ich will nur das Essen. Erstmal. Dann resten wir uns später. Beide. Ow 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 ow. So. Oh, wir wollen die. Oh. Oh, wir wollen die mit. So. 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 Ey, nicht machen! Er hat mich gut auf Abstand gehalten gerade. Verdammt, da Mist. Okay, wir müssen heilen. Heilen, heilen, heilen. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Aber immerhin, ein Drittel Schaden haben wir schon wieder. Gut. Gut, gut, gut. Au. Brennt schon wieder. Und dann bedenkt, dass das die gute Rüstung ist und die müsste mal langsam repariert werden. Nein, 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 nein Ja, Glut. Darf ich dir mal was sagen? Das ist scheiße anstrengend. Selbst Moana hatte mit ihrem Feuerteufel weniger Probleme. Uns geht's soweit gut. Nur unsere Rüstung hat's bei zerlegt. Okay, wir sind bei den letzten Pfeilen angekommen. Die machen ein klitzekleines bisschen mehr Schaden als hier aneinander vor. Gut. Aber nur minimal. Wir haben keine Ausdauer mehr. Also auch Tränke. Nee. Äh, ja theoretisch schon. Vor allen Dingen muss ich langsam meine Rüstung reparieren, weil die ist bald im Eimer. Oder ich muss die Ersatzrüstung holen. Äh, ich müsste in die... Ach, nö. Auch das noch. Ja, nee, okay. Schreibt mich am allerwertesten. Ich bin da mal... Nee, ich mag euch nicht. Nein. 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 Man, ich wollte doch nur aus dem verdammten Inventar raus. Eine blöde Hummel. Eine blöde Hummel. Noch eine blöde Hummel. Blöder Fuhrling. Wir müssen erstmal raus da. Ja, noch einer. Ich will nicht mehr. Keine Hetzjagd jetzt, Leute. Was macht das Skelett da? Super. Tschüss. Okay. Wir hatten noch keine mehr in Arbeit, ne? Ausdauertränke. Nö. Komm her, du. Na komm her, du Motte. Fank euch nicht. Fank euch nicht. Willst du was? Na. Die Sache ist ja gut. Jagdlut scheint uns gerade richtig gut zu folgen, bis zum Ende hin hier. Kann dir mal bitte... Oh nein. Nein. Das will ich jetzt aber auch nicht, dass der uns bis zu unserer Base folgt. Das will ich grad nicht. Ist grad nix mit weglaufen. Ist grad so gar nix mit weglaufen. Hallo Knochensack. Ich mein, ein bisschen Holz hätten wir ein paar Steine. Wir könnten uns ganz schnell mal irgendwo eins hinstellen. Bin ich jetzt ausgeruht? Ist ein Dach? Ist ein Dach. Okay. Okay. Okay, das Ding ist schon mal hinüber. Das Ding ist hinüber. Ich muss zu meinem anderen Grab. Den anderen Umhang holen. Wie sind's aus, essenstechnisch? Ich hab da gar nichts essen, gut. Oh. Warte mal, ich hätte mal die ganze Zeit stapeln können. Wie ist er denn? So. Ich fang an zu frieren. Das ist ja toll. Bringt uns, hilft uns gerade überhaupt nicht. Wo muss ich denn hin? Dahin. Dahin muss ich. Da liegt so viel Zeug rum. Ich hab's hier wohl nicht zu lange erholen, ne? Nicht, dass der dann irgendwann ausgeruht ist, sind wir nicht mehr. Ich hätt' gern das mal ausgetauscht. Dankeschön. Das Blatt hier. Die holen wir später nochmal, nur für alle, falls wir das dann doch nochmal brauchen. Okay. Was will ich denn jetzt? Ja, Glut! Inholz mir. Okay. Mein Problem. Da hinten ist er. Ich hab ihn getroffen. Glaub nicht. Hauptsache, der erholt sich nicht. Ich treffte ihn nicht wirklich, ne? Jetzt treffe ich ihn. Irgendwie mache ich keinen Schaden, habe ich den Eindruck von hinten. Uh, er hat mich gesehen. Ey, du kannst dich noch nicht. einfach erholen, ich war doch die ganze Zeit hier, du Ars. Oh, sour milk. You know what my guess is? It's, it's, it's his fault. He made the milk sour. Okay. Memo an mich selbst. Wir brauchen sehr viele Pfeile. Oder eine bessere Strategie. Irgendwer meinte doch da was von wegen mit Feuern oder Signalfeuern oder so, dass das damit sehr einfach gehen soll. Sodass man kaum selber kämpfen muss. Das Blöde ist, ich glaube, wir können das gar nicht mehr, äh, machen, ne? Jetzt, wo der schon beschworen ist. Was kichert der denn hier? Oh nein, nicht der Lox schon wieder. Bleib weg, Mann. Nein, böses Lox. Böses Lox. keine hetzjagd jetzt ja gut da kannst du bleiben dass ich mir wurscht weil ich kann da nicht bleiben noch man leute ernsthaft das ist doch unfair ja wohl natürlich okay ich sterb gleich wieder ich will nicht mehr wenn ich mir meine blöcke sie wenigstens dich los bin das war zufall nichts mit können zu tun was auch irgendwann war hier schon wieder schießt doch irgendwer gehen sie mal los aber noch ein loch war ich vorhin schon einer sie muss ein zweiter sein den ersten hatte ich nämlich eigentlich komplett durch auch das noch nie einfach nie und da rennt noch einer rum auch man leute wie unfair willst du sein ja gut so ja noch einer kann ich auch auch noch einer ihr wollt mich doch verarschen leute ernst haut ab ihr seid hier nicht willkommen ja wir haben hier gerade ja ich habe hier gerade ganz alt um die ohren da bräuchte ich kleine vorlegen die ohren ja ja bitte schön okay 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 stop that shit, okay, please ne, den Frosthammer hab ich nicht oh, ich bin gestorben den Frosthammer hab ich nicht das heißt, ich muss mir den holen weil Silber hilft ja eigentlich auch deswegen ja die Axt aber ist der Frosthammer schneller? alles klar, Träber habt noch einen schönen Nachmittag second suggestion tunnel geschossen von da geschossen funktioniert nicht mit den Feuern, okay Mr. Balor, please wieso? okay nope we don't breed Silvers, okay also, this is up to Silver if she wants to breed herself or not this is not a decision we have, we are supposed to make I don't breed people against their will, okay we have laws against that der macht Frostschaden mhm so, kommen wir an unser Grab ran, ohne dass der uns gleich wieder in den Mangel hat oder auch andere Viecher wo ist unser Grab, ich sehe es Gott nicht dein Name ist Hase, okay irgendwas bewacht immer unser Grab, oder? und so viele Vögel hier drum rum, ja als ob die sagen, hier kommen wir, ja komm, du wolltest doch, du wolltest doch eh Pfeile guck mal, hier sind wir hatte ich den schon, ne doch hatte ich diese ganzen Steine, ne nein okay, daher erwischt man den nicht, gut blöde holen macht nicht gerade kirre wieso why how wie sind das jetzt schon wieder passiert hallo Max aber sind ja ausprobiert mit dem Signalverlaub, dass eine gute Taktik ist kein Plan ne irgendwer meinte vorhin Genick meinte vorhin schon, dass das nichts mehr bringt dass das mit dem Feuer nicht mehr funktioniert macht ja auch Sinn ich meine, wenn der schon mit Feuer angreift, ist es Quatsch, dass dann Feuerattacken helfen blöde ist nur für den Frost, na was braucht man dafür vor allem, um den auf die höchste Stufe zu kriegen, machen wir wahrscheinlich sehr viel so so der Frost, na wo ist denn der da brauchen wir Silber für ne, damit hat sich das schon erledigt weil bis man den dann wieder auf die höchste Stufe kriegt, brauche ich so viel Silber das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist losrennen Zeug holen davonlaufen und den wieder für ein paar Wochen ignorieren, weil ich erst wieder Knochenwanz wäre gut Knochenwanz, den haben wir jetzt schon zweimal gelegt achso, für uh, ich verstehe, ich verstehe na klar, ja, gut das ist ja gut